So, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu Industria. Geil. Geil. Ich habe keine Ahnung, was ich hier soll. Hm. Ich weiß nicht, ich kriege jede Menge Munition in so Zeug, aber äh. Mal sehen, was ich hier? Ja. Was ist das? Hab ich was gemacht da drüben? Keine Ahnung. Keine Ahnung was der Scheiß soll. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das Wasser ist an, da kann ich jetzt nichts mehr machen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also, da passiert gar nichts. Da komme ich nicht mehr hoch. Gut. Also, an dem Ding kann man nicht mehr drehen. Das ist in Ordnung. Da kann ich auch nichts machen. Da ist doch irgendwas, ist doch da passiert. Ich verstehe den Sinn von dem Ding nicht. Muss ich an der Maschine welche rumschrauben? Okay. 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 Okay, appreciate Danny. Also, das Problem ist es vielч hoo Demp way. Los geht's hin. Der información hat. Das Problem. Weil, das ist gut ... прекける. Neil Porthhaltung rein. Also irgendwie muss man doch diese blöden Dinger da einschalten, also das ist ja mal klar. Das ist ja mal klar. Was sind das? Die kommen auch nicht rein. Ich hätte ja gesagt, wir gehen von da an da rauf und dann da rüber, aber da kommen wir ja nicht rauf. Haben wir davon abgesehen, dass das Ding so kaputt ist da drüben. Also muss ich doch hier irgendwas machen. Aha! Ja, wär nur schön, wenn ich die Knarre dazu kriechen will. Da war ich doch schon. Da kann man nichts machen. Oh! Hm. Ich versteh das noch nicht ganz. Kann man da vielleicht irgendwas vergessen. Ja, das habe ich hier gemacht. Das ist jetzt hier alles in Ordnung. Schwefelsäure. Hm. Also da kann man jetzt anscheinend nichts mehr machen. Okay. Dann hat sich das mit dem blöden Ding hier schon anscheinend erledigt. Was ist das denn? Heilflasche genommen. Aha. Ja. 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 Klar, dann nimmt man über kurz einen Automaten und kriegt eine runde Schwefelsäule und was weiß ich was alles raus. Hehehehe. Ja ne, ist klar ey. Also hier geht gar nichts, also sorry aber. Ja. Eine Apostel! Vielleichtfehle ich euch einfach. Du hast rechtان EVER! H narrator! Also ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Also ich kann hier tun und machen und rumrennen, wie ich will. Also ich habe keine Ahnung, was das hier soll. Also ich kann an der Maschine nichts machen, ich kann da hinten nichts machen. Ich kann an dem Giraffe nicht rumspielen. Das Einzige, was ich noch machen kann, ist dieses komische Rädchen hier ohne zu drehen. Ich glaube, das war's dann auch schon. 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 Ich glaube, das war's dann. Ich glaube, das war's dann. Also ich muss irgendwie diese blöde Maschine zum Laufen kriegen. Ich glaube, das war's dann auch schon. 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 Das war's dann auch schon. Ja, das war's dann auch schon. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Endlich Oh, ihr Leid, ey Ja, Wahnsinn Ich kriege eine Knarre Ich bin begeistert Verdammt Ich könnte vielleicht mal ein bisschen Energie gebrauchen, Jungs Ich sag's nur Geil Läuft bei mir Kann man die vielleicht kaputt machen? Nö, ne? No, ist ja toll Ich muss sie nur zu helfen, wie sie Hallo, ist jemand da? A human voice? Hallo? Uh, es ist du Du hast aus dem Elevator Congratulations Wer bist du? Das ist was ich wollte dich fragen Because, du kennst Du kam hier Und nicht die andere Richtung Well, ich bin Ich bin nur ein Traveler Ich bin nur ein bisschen Ich bin immer ein bisschen Ich bin nur ein bisschen mehr Informationen Okay Ich bin von einem anderen Ort Ich bin nur hier für jemanden der hier vor mir Das kann nicht Vielleicht kann es Vielleicht kann es Aber es ist die Wahrheit Das Stadt wurde 10 Jahre Vielleicht hast du ihn Vielleicht hast du ihn Vielleicht hast du ihn Vielleicht hast du Ich meine, du kannst nicht die Maschine growling und den ganzen Block Ich habe das nicht lange gemacht, du kennst Hör Hör Du bist hier in Gefahr Hier Für das Beste wenn du dieses Gebäude zu verlassen Ich erzähle dir mehr außerhalb 20 Jahre Das ist nicht hier Ich muss diesen Wahnsinn beenden unser neuer König Rosenthal Der Mann aus einer anderen Welt glaubt wirklich an diese neue Energie Aber seit die leise Energie wie sie genannt wird aus dem Institut raus und in unsere Haushalte und Fabriken fließen habe ich ein schlechtes Gefühl bei der Sache Das ist zu gut zum wahr zu sein Das Ganze muss einen Haken haben Ich werde ein Auge auf diese Wundermaschine und Rosenthal Pläne haben mhm Da ist nichts das Zeug kann man nicht kaputt machen Da geht mir gar nichts Ich kann runter und ich kann hoch noch Okay Okay Aha Läuft von mir Okay Ich kann doch nicht hoch Ich kann runter Ich kann runter zu Toll! Hä? Also! Okay. Kann man die Wand nicht einfach einhauen, wieviel geht denn da rein, ein bisschen Schuss? Ah ja, ok. Geht immer gar nichts. Jo, spiel gespeichert, ich würde sagen Jungs, wir machen hier jetzt erstmal wieder einen Tag rein. Schauen wir mal, wie es weitergeht hier bei Industrie. Ich bin echt gespannt, gespannt, gespannt. Für heute sollte es gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben, würde mich freuen. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschö Willi, Tschö Willi und grüßt mir die Hühne. 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 Tschö Willi und grüßt mir die Hühne.